Ja, ich möchte ein paar Worte sagen zur Homöopathie, wie sie in mein Leben gekommen ist, was sie in meinem Leben für eine Rolle spielt, aber auch, was sie überhaupt bedeutet, dass Leute, die das erste Mal den Begriff der Homöopathie hören, hier in diesen Videos, dass die einfach wissen, was ist es. Homöopathos, ähnliches Leiden, bedeutet, Othon-Hahnemann, dass wir einen Stoff nehmen und mit dem Krankheiten behandeln, die in einer ähnlichen Form bei Menschen entstehen, die gesund sind und diesen Stoff einnehmen, sich im Grunde heroisch mit ihm vergiften, um dann rauszukriegen, was macht der Stoff in ihnen für Störungen, die man dann im Grunde bei einem Menschen, der diese Störungen hat, ohne diesen Stoff genommen zu haben, heilen kann. Beispiel, ich trinke total viel Kaffee, ich werde total flatterig, ich werde total unruhig, ich werde sehr kreativ und ich kann ganz schlecht schlafen. Wenn ein Patient kommt, der keinen Kaffee trinkt und genau diese Symptome hat, kriegt er von mir Koffeatoster, die Kaffeebohne und diese Symptome werden verschwinden und er wird schlafen können. Zweites Beispiel, ich schneide eine Zwiebel und mir fängt total die Nase an zu laufen. Ich gehe an die frische Luft und die Beschwerden werden besser. Wenn ein Mensch kommt, der noch keine Zwiebel geschnitten hat, jedenfalls nicht gerade, und genau diese Symptome hat, gebe ich ihm das homöopathische Mittel Allium Cepa, die homöopathisch zubereitete Küchenzwiebel und sein Schnupfen wird verschwinden. Die Homöopathen machen seit Hahnemanns Zeiten sogenannte Arzneimittelprüfung. Sie nehmen Stoffe zu sich, vergiften sich förmlich, heroisch und mutig mit diesen Stoffen und sammeln die Symptome, die diese Stoffe in ihnen auslösen. Die Homöopathen nehmen diese Stoffe meistens nicht in der Urform, sondern auch schon homöopathisch verarbeitet und potenziert, dass es keine irreversiblen Vergiftungserscheinungen oder Schäden gibt. Aber selbst in diesen potenzierten Formen lösen diese homöopathischen Mittel in Menschen Prozesse aus, die zu Symptomen führen, die dann protokolliert werden. Und mit diesen Ergebnissen dieser Protokolle vergleicht man dann Menschen und ihre Symptome, die mit Krankheiten in die Praxis kommen. Und aus diesem Vorgehen entstand der Satz, Ähnliches soll mit Ähnlichem hier heilt werden. Also die Arzneimittelprüfung, die Erfahrung am kranken Menschen und die Erfahrung, die man im Betrachten eines Stoffes kriegt, der Signatur, führen dann irgendwann zu einem sogenannten Arzneimittelbild und wir haben ungefähr jetzt 5.500 homöopathische Mittel, die alle Arzneimittelbilder haben. Und der Job des Homöopathen ist im Grunde, aus diesen 5.500 Mitteln für den Patienten das Mittel herauszusuchen oder die Mittel 2, 3, können es manchmal auch sein, die am ähnlichsten sind zur Problematik und zur Symptomatik des Patienten. Also man sucht aus den Protokollen der Arzneimittelprüfung, die in sogenannten Repertorien geordnet sind, die ich inzwischen alle auf meinem Computer habe und wo die Zeit des Arzneimittelfindens, ich würde mal sagen, um 90% verringert wurde. Früher haben wir noch riesige Listen geschrieben aus unseren Repertorien heraus. Aber dieser Job zu schauen, wenn ein Mensch kommt mit seiner Geschichte und mit seiner Person und mit seiner Krankheit, welches von diesen 5.500 Mitteln braucht er, das ist der Job des Homöopathen. Ich möchte diese Homöopathie nochmal erklären an meinem eigenen größten Heilungserlebnis, was ich jemals hatte. Ich hatte 25 Jahre schwerste Migräne, sehr, 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 sehr schwere Migräne, dreimal die Woche, ganz schrecklich. Und nichts wollte gegen diese Migräne helfen. Ich habe schulmedizinisch Unmengen von Schmerzmitteln genommen, ich war beim Chiropraktiker, ich habe Neuraltherapie gemacht, ich habe Akupunktur gemacht, ich war anthroposophisch unterwegs, habe mich von anthroposophischen Ärzten behandeln lassen, aber das Schicksal wollte nicht, dass das hilft. Und irgendwann bin ich durch meinen jungen Lehrer, Volker Rohleder, der damals gerade anfing, die Homöopathie zu studieren, zu einem alten, erfahrenen, homöopathischen Arzt, die schickt worden zum Dr. Siegmund. Zudem bin ich gekommen und habe ihm die Geschichte meiner Migräne erzählt. Der hat sich für die Migräne relativ wenig interessiert und hat schon nach ein paar Sätzen, aber heute weiß ich, dass das seine mediale Schau war, nach meiner Beziehung zu meiner Mutter erkundigt. Ich dachte, ey Mann, was hat meine Mutter mit meiner Migräne zu tun? Und dann habe ich gesagt, mit meiner Mutter, super Beziehung, wir haben uns noch nie gestritten, wir schreiben uns Briefchen, wenn es mal so einen kleinen Konflikt gegeben hat, abends zum Einschlafen, wir sind uns wieder gut. Und von meiner Mutter habe ich gelernt, Menschen, die sich lieben, streiten sich sowieso nicht. Ich hatte ihm nicht erzählt, wie viel Angst ich vor Streit habe, wie viel Angst ich vor Konflikt hatte. Ich habe ihm damals noch nicht erzählt, weil ich es gar nicht wusste, dass ich eigentlich die wahren Idee hatte, aus Erlebnisse im Vorleben, dass wenn ich in einen Konflikt gehe, ich in diesem Konflikt sterbe. Aber er sagte irgendwann mal, und es traf mich, und da war ich auch im Widerstand gegen, na, Herr Krüger, Sie zünden wohl dreimal die Woche Bomben in Ihrem Kopf, den Sie eigentlich unterm Stuhl Ihrer Mutter zünden müssten. Und ich sagte, hallo, was ist denn das? Und ich habe doch mit meiner Mutter keine Probleme. Er sagte, ja, ja, ist gut. Ich will da gar nicht mit Ihnen diskutieren. Ich gebe Ihnen jetzt mal ein homöopathisches Mittel, aus dem Bomben gebaut werden. Und er gab mir das homöopathische Mittel Glonuinum Nitroglycerin. Also, ich zünde mir Bomben und er gibt mir was, woraus Bomben gebaut werden. Und ich nahm dieses Mittel, und wo ist Holz, hier ist Holz, und von diesem Tag an, so wahr ich hier sitze, hatte ich nicht mehr einmal Migräne, nicht mehr einmal, das ist wirklich mein Damaskuserlebnis, durch was ich dann auch zur Homöopathie gekommen bin. Aber damals begann ein Weg, der eigentlich bis heute geht, wo ich immer mehr gelernt habe, es ist in Ordnung, auch mal wütend zu sein, es ist in Ordnung, auch mal ein böser Junge zu sein, es ist in Ordnung, auch mal zu sagen, bis hierher und nicht weiter, es ist in Ordnung, auch mal imperativ zu sein. Alles Dinge, die ich mir bis zu dieser Glonuinum Gabe völlig verboten habe, die bei mir nicht sein durften. Und wer sich für dieses Erleben noch mehr interessiert, wird, es gibt im Netz ganz viele Links zu meinen Glonuinum-Erlebnissen, Artikel, CDs etc. frei zugänglich, und wer sich dafür interessiert, gibt einfach bei Wikipedia ein Andreas Krüger Glonuinum und kriegt nochmal ganz viele Zusatzinformationen. Aber dieses initiatische Erlebnis, dass ein Mittel, was ähnlich ist der Problematik des Patienten, diese Problematik wirklich heilen kann und Prozesse anregen kann, wo diese Problematik überflüssig macht, hat mich einfach total von der Homöopathie überzeugt und seitdem wende ich Homöopathie an, auch wenn ich immer wieder auch andere Dinge in meiner Praxis mache, die Stalltherapie, Atta, Leibarbeit, Schamanismus. Aber der Kern meiner therapeutischen Tätigkeit bis heute ist einfach die Homöopathie geblieben. Und die Homöopathie ist auch wirklich ein Verfahren, mit dem ich ganz viel Schattenintegration betreiben kann, dem Patienten ganz viel helfen kann, in diesen Ozean seines Unbewussten, in diesen Ozean seines Schattens hinabzugehen. Und was sich dann nachher auch im Grunde entwickelt hat, ist, dass ich als ein Mensch, dem die Träume sehr wichtig sind, ganz viel geforscht habe über Homöopathie und Träume, welche Träume rufen nach welchem Mittel und dass ich inzwischen sagen kann, von den wirklich super tollen Verordnungen, die ich gemacht habe, wo wirklich Wunder passiert sind, das verdanke ich oft Hinweisen, die ich aus der Traumwelt des Patienten bekommen habe. Also vage, weise zu sein, Aude Sapere hat Hahnemann sein Werk beschrieben, wo er die Grundlagen der homöopathischen Heilkunst darstellt, Organon der Heilkunst. Ich empfehle allen Hörern und Sehern dieses Videos zum Thema Homöopathie im Grunde zwei kleine Büchlein zu lesen, von Herbert Fritsche, Idee und Wirklichkeit der Homöopathie, das ist die Biografie Samuel Hahnemanns, da erfährt man total viel über die Homöopathie, und dann die Erhöhung der Schlange, auch von Herbert Fritsche. Da erfährt man ganz viel über die geistigen Hintergründe der Homöopathie und dann natürlich, aber ich will ja nicht so viel Eigenwerbung machen, gibt es auch ganz viele Bücher von mir zur Homöopathie, hunderte von CDs, wo ich mich mit der Homöopathie beschäftige. Also Homöopathie, wie wie Tulkas May sagt hat, eine Medizin der Zukunft. Mein hochverehrter spiritueller Lehrer, der Rabbiner Salman Schachter Shalomi, hat mal zu mir gesagt, als er mich als seinen Schüler annahm, Jengelchen, die Welt ist nur noch zu retten auf einem alchemistischen Wege, und die Alchemie der heutigen Zeit ist die Homöopathie. Ich glaube tatsächlich, dass die Homöopathie viel mehr macht und viel mehr kann, wie nur einzelne Individuen gesund zu machen. Ich glaube, dass die Homöopathie wirklich in der Lage ist, in morphogenetische Felder zu wirken und wirklich ein Stück vielleicht diese Schöpfung zu heilen. Und darum kann ich alle nur auffordern, beschäftigt mich euch mit Homöopathie. Gerade wenn ihr heilerisch tätig seid, ist die Homöopathie eine total tolle Methode, um alle anderen Methoden auch zu begleiten. Man kann die Homöopathie an der Samuel-Hannemann-Schule lernen. Wir haben inzwischen sogar einen Videokurs. Aber man kann die Homöopathie einfach auch selbst studieren, in denen man so wunderbare Bücher liest, wie von George Vitulcas Homöopathie, Medizin der Zukunft. Ja, Homöopathie ruft. Die Welt ruft nach Homöopathie. Folgt diesem Ruf. Die Welt ruft nach Homöopathie.